Oh, ein Karpilz. Scheiße. Kann man Smogelbomb fallen? Hey! Komm her! Komm her, du Sau! Hä? Ja, da merkt man, ich bin noch ein Scourge. Ah! 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 Juhu! Juhu! Dö, mehr mach ich nicht. Aber warum war der so doof und hat das Tor nicht aufgemacht? Keine Ahnung, mehr mach ich nicht. Ich mach noch ne Kiste hier auf. Ich hätte ihn sonst auch geheilt, so ist es nicht. Nein! 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 Oh, er hat sein Glück, Alter! Ich hab' den Kiste! Ich hab' den Kiste noch kurz mit der ersten Leute, ne? Weg mit dir! Aha! Was hier, was hier, was hier, was hier! Hallo, was hier? Alter, was ist hier? Oh, Junge! Ach komm, ist das so hoch, Bruder! Ach komm, ist das so hoch, Bruder! Alter! Zehn Uhr aufstehe! Ich möchte begrabbelt werden! Ja, ich begrabbel dich! Na komm her! Schätzelein! Es ist ne verheiratete Frau, nimm die Finger da weg! Ist ein Grund, aber kein Hindernis! Ihr Mann ist auch anwesend! Auch das ist kein Grund! Wie du kommst hier hochgeflogen bist! Kann zwar ein Hindernis werden, aber... Nein! Also... Gerne, gerne! Da ist noch ein Glück! Wie geil, Alter! Ich hab' den Schrank gemacht und hab' mich daneben gesetzt! Sie guckt in den Schrank, ist keiner drin und rennt weg! Wolltest du das abgefuckt? Alter! Nein! Nein! Nicht so einfach! Ich hab' den alles klar aus! Mann! Bauer ein Kobold, Alter! Warte, es mag gleich pengen. Das war's wirklich... Nee! Hab's halt? Jo. Ich entkomme. Ich geh voll jetzt am anderen Ausgang. Na du... Null Stück. Vielleicht jetzt. Ne, immer noch nicht. Warte, wie lange sie braucht. Geht mal auf zuschauen. Nein! Nein! Oh mein Gott! Was ist mit ihr? Ja, der war ja dumm. Ausgang ist jetzt auf hier. Okay. Willkommen! Herr Hart! Nein, der Gleck sei nicht! Vollasch! Oder nächstes Mal, wenn ich ein Totem mache, weil ich Totems machen will und der Killer kommt an, setzt ihn nicht ein... so! Mal sehen, ob es dann schnallt! Ich hoffe, Kado, das bleibt sonst so. Stell dir mal vor, die Kamera wird jetzt angefroren. Das wär geil gewesen. Dann kommt in deine Richtung. Ja! Geht aus wieder. Okay. Ja, ey! Ja, nice! Haha! Friss das, Michi! Alter! Hä? Ja. Ja. Ja! Ja! Doch! Hat er abgelassen! Ah! Ah! Mimim! Ah! Ha! 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 Die Palette in die Presse, Alter! Das habt ihr nicht gesehen! Der Katzi-Tatzi auf der Welt! Ein glücklicher Spinner! Kein Ruhen! Kein Ruhen! Was? Kein Ruhen! Wann weißt du das? Was ist das? Ich krieg noch Deathslinge! Das ist auch Deathslinge! Hier! Nimm sie! Nimm sie! Nimm sie es, Junge! Oh Mann! Ha! Ha! Ach so! Ja! Du Sau! Ich will halt lieber von der Mecke geheilt werden, ne? Was ist das? Ne! Kommst du nicht vorbei! Nein! Nein! Du musst du nicht fummeln lassen! Geh weg! Geh dahin! Nein! 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 Ja dann hau auf die Palette! Komm los! Hau sie! Nein! Du musst du nicht fassen, die haben sich zu sehen! Nein! Äh...h...hier rechts! Leute! Bitte! Ich stehe kurz zu sehen! Hahahaha Zieh auf! Hahahaha Das ist Geisterhegen, man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. So Ina, vier Gegner, vier Kugeln. Ich glaube auch. So ungefähr wie das ist bei mir. Nur das ist immer noch ein Kicken besser im Moment. Ich spieg gleich mit dem Gamepad. Mit der Ocarina. Dem hast du die Klöte geschossen, das habe ich gesehen. Hallo Schweinchen. Komm. Danke. Hallo. Da kannst du nicht mehr gegen treten, du blöde Lust. Da kannst du nicht mehr gegen... Da kannst du nicht mehr gegen treten. Da kannst du nicht mehr gegen treten. Da kannst du nicht mehr gegen treten. Dann kannst du nicht mehr gegen treten. Ach so am abend wieder. Alles klar, Caro, dann sind wir noch einen schönen Samstagnachmittag und tsch President. Tschüss. nochmal fürs einschalten. Hat er das echt nicht? Ist das sein Ernst, dass der dich nicht sieht? Der Krasse ist bei mir. Da ist er. Achtung. Nein, nein. Achtung, Irgendwer entschärft. Jawoll! Yes! GG! Huh! Bam! Weggepinzt, Alter!